Musik Hm, jetzt mal mit überlegen. Also, ich baue jetzt eine Grundfläche mit Sand. Und dann werde ich mir, glaube ich, Zettel und Stift holen und werde mir mein Haus nicht aufzeichnen, sondern ein bisschen konsistieren, so, von der Meteranzahl. Warte mal, ein Block ist ein Block ein Meter? Kann man das sagen? Ja. Ja? Stimmt, ist ja sogar ein Meter. Stimmt, ein Block ist ein Meter. So, wie groß ist ein normales Haus oder eine Strandhütte in dem Sinne? Äh, keine Ahnung. Ha, das werde ich gleich mal googeln. Da müssen wir gleich mal Google fragen. Was denkst du, ist die heutige Aufnahmesession länger als die letzte, die wir jetzt aufnehmen werden, noch insgesamt, oder nicht? Also, ich glaube, wenn diese Folge hier rauskommt, müsste das die, mal kurz ausrechnen, es müsste jetzt so in etwa die, fast 20. Folge sein. Äh. So. Oh. Oh. Ist das schon immer noch ein Meter? Äh. Okay. Okay, da muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Wow, ich hätte sogar doch genügend Sand, weil ich einfach ein wenig dumm war. Ach, äh, das schwert doch nicht. Ist das alles ein Schwert? Äh, zum, 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 zum. So, das war's, in meiner Farbe ist es auch drin. Vielleicht die Schaufel? Äh, das sieht voll geil aus. Das sieht voll geil aus, das sieht voll geil aus. Ja, ich hab's ja eben gesehen, das sieht schon richtig gut aus. Aber das Endresultat erzählt ihr aus. Ja, du, ich hab jetzt, äh, in den Flächen, also in den Bankflächen hab ich jetzt, also unten hab ich ja noch so kleine Schäustchen, das geht da ja noch runter. Ja. Und, äh, da hab ich einfach mal, ähm, so, äh, grüngefärbte Glasscheibe und rotgefärbte, äh, also rotgefärbte, äh, rotgefärbtes Glas und grüngefärbtes Glas in, äh, die Decken gepackt. Ja. Und, äh, das kannst du dann nochmal ins Glas scheiben, wenn man die Seite, das sieht voll geil aus. Das kann ich dir denken. Also, wenn du dann mal, ich glaub ich hier besuchen kommst, sag ich mal. Hm. Wirst du das sehen. So, und jetzt brauch ich ganz viele Stöcker. Sand, ich arbeite mit Sand und baue mir meinen eigenen persönlichen Strand. Oh, Sand, oh, Sand, der Sand hilft mir, um zu überleben. So, ich hab, ich hoffe, 48 Zäune, die dürfen bereichnen. Ordentlich. Alter, ich bin wirklich kurz davor, so eigene Lieder zu schreiben, Alter. Oh. Interessiert Pascal mich. Nö, nö, ich baue einfach weiter. Sollen wir machen. Ja, Entschuldigung, ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert und 48 Zäune reicht natürlich nicht aus. Nein. Oh, das reicht für eine Seite. Hm. Ähm, was ist dagegen, gleich schlafen zu gehen? Ja. Ich will noch mal eben, Alter, ein paar Blöcke hier eben noch mal eben nur abbauen. Wow. Ja, sind schon nötig. Okay, sonst gehe ich auch erstmal in den Wett. Wow, und darf er jetzt trinken? Na, kriege ich das hin? Ne, ich will nicht hin. Ne, 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 das geht nicht. Ja, das geht nicht. Man kann nicht nach vorne drücken und gleichzeitig springen und dabei trinken, oder? Warte, warte. Doch, ha. Ähm, kannst du jetzt mal bitte in den Mackey? Hallo, ich bin jetzt gleich zu Hause. Warte, doch mal eins. Zehn Sekunden. Du brauchst unbedingt eine Brücke. Hallo, ich zieh doch um. Ich wohn doch nur noch. Alter, ach ja, ich hab jetzt zugeboten. Hehehe. Ähm. Ach ja, stimmt. Ich ziehste gerade um. Aha. Deswegen, ja. Ja. Zack. So. Da wäre das Bett aber tatsächlich eines der ersten Sachen, die ich mitnehmen würde. Ja, das wird sowieso sein. Obwohl, es muss Tag sein und erst wenn da alles fertig ist, dass ich die ganzen Bäume gefällt habe. Ähm. Ähm. Ich dann da in meinen ganzen Sand so gelegt habe, wie ich es will. Dann fange ich an, schon mal ein wenig von meinem Haus zu bauen. Das dann auch schon zuzumachen. Erweitern kann ich ja dann immer noch. Damit ich da auf jeden Fall schlafen kann. Und ich will auch ins Nether, um ehrlich zu sein. Denn ich will Glowstone, weil die bringen auch richtig viel Licht, wenn man diese Glowstone-Steine baut. Ja, kann ich. Oder man kann daraus ja auch ganz zu Redstone-Lampen. Stimmt, Redstone-Lampen, genau. Stimmt, du hast ja Redstone. Weißt du, wie gut die Licht bringen? Äh, ich glaube, die bringen sogar genauso viel wie ein normaler Glowstone. Äh, ja, glaube ich, wie ein normaler Glowstone. Okay. Ah, sonst denke ich über Redstone nach, weil du hast ja welche und... Oder brauchst du das im Moment? Was? Redstone? Ja. Äh, äh. Weil dann könnte ich mir das ja theoretisch nehmen, wenn du es ja nicht brauchst. Ja, aber du musst ja auch erstmal ins Nether kommen und damit wir da reinkommen, brauchen wir erstmal Diamant. Ja, aber ich meine ja jetzt, äh, Redstone und nicht Glowstone. Ja, aber was willst du denn jetzt schon mit Redstone? Ja, für meine Lampen. Ja, aber die musst du ja auch erstmal herstellen. Wieso, ich hab gedacht, das geht einfach so. Nein, dafür brauchst du auch nur den Glowstone. Achso, okay. Ja. Schade. So, meine Farm ist jetzt noch eingezäunt. Warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. Äh, was? 1, 2, 3, 1, 2, 3, was? Das waren deine Worte. Ja, ich weiß. Ah, was du? Ich bin hier, bei mir. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. War nie wirklich weg. Hat mich nur versteckt. Daniel? Ja? Bitte auch. Warum? Einfach so. Nö, dann höre ich erst recht nicht auf. Sing doch mit. Sing ist toll. Er weiß, vielleicht kommt unsere Lieder noch groß raus. Wir singen bei Minecraft und irgendwann sind wir bei irgendjemandem mal erwähnt, weil wir singen. Genau, dann sind wir auch in unserem besten Moment im Video. Ja. Das ist zum Beispiel mein Eisen-Song. Ganz ehrlich, ich müsste das nur noch erweitern, weil ich habe gesungen. Eisen. Eisen. Der wird uns den Weg ins Ende weisen oder zum Ziel zeigen. Eisen. Eisen. Nee. Nee, das gibt's schon. Ich brauche eine Melodie, die es nicht gibt. Eisen. Eisen wird uns den Weg ins Ende weisen. Doch dafür brauchen wir noch mehr als nur das bloße Eisen. Wir brauchen Ende Augen. Und zwar richtig viele. Nicht nur um den Weg bis zum Ende zu wissen, sondern auch um dort das Brutal zu öffnen.